Ich schaue auf den Kopf ab. Schau mal da, wie schön es hier läuft. Wie schön. Das macht es schon schön, Samy. Drei Mal haben sie sich das ab hineinfacht. Ja, das ist alles klar, aber das ist auch nicht. Und vom Essen. Wo ist der Werk? Ach, Simon. Wenn sie mich reinlogieren, dann bin ich mit Isabella. Ich finde, das Freilongieren viel besser als mit dem Longe-Sack. Schon, ja. Das ist gemütlicher. Was? Vor allem, wenn man bockt. Äh, mit dem Seil. Ja, vor allem, wenn man bockt, dann muss man immer das tut mir keiner noch. Ich muss sich halt wehren. Kannst du ihm ja helfen. Ja, wenn er nur den ganzen Tag träumt, dann kann ich auch nichts machen. Okay. Das ist nicht schlecht. Ja. Ja. Nein, nein. Ja. Nein, hör auf. Halt, mach los, mach los. Ganz langsam. Was? Was ist das Ding nochmal? Was ist das Ding? Doch, was ist das Ding? Ja, was hast du das gemacht? Komm mal auf! Also, dass es das Ding einfach löst, dann stimmt. Was hab ich uns gemacht hier? Er ist einfach nicht unter clock. Er ist einfach unter wehren. Er ist einfach unter clock. Vielen Dank.